Wo bist du? Knorri! Au! Wie nittles ist er noch da? Ja! Ha ha ha! Doch! Nein! 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 Okay, nix! Du Gute! Du Gute! Nein! Danke! Danke! Das ist sehr nett. Das ist äußerst nett. Und hier gibt es noch Zeug zum einsammeln. Stimmt, da hat er hier ein paar Typen gekillt. Ich glaube hier liegt sogar noch eine Leiche drunter? Ne, ne? Sah nur gerade so aus. Hier liegt noch eine Leiche. Ja, wo muss ich jetzt hin? Töte Silas Cobb, töte Hector Rodriguez. Ein Meisterwerk, töte Hector Rodriguez. Stammkunde in Eves Garden im Poseidon Plaza. Er war ebenso ein legendärer Liebhaber von guten, wenig guten Trinks. Ähm, okay. Dann müssen wir wieder in Poseidon Plaza gehen. Und müssen da nach dem Typen Ausschau halten. Fleet Hall. Wo war denn das jetzt? Wo bin ich denn jetzt eben hergekommen? Äh, warte, 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 warte. Poseidon Plaza. Oh, hier. Oh, Geschenk. Yeah, Hypnotize Big Daddy durch Hypnotize Big Daddy 2 ersetzt. Das ist doch gut. Nehme ich. Nehme ich. Und einen Plasmid Slot nehme ich natürlich auch noch. So, maximal eine Kategorie erreicht. Wir haben jetzt maximal alle Plasmid Slots, die es gibt. Frieren Sie Ihre Gegner ein. Und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Yeah. Okay. So, dann können wir noch einen Körper Tonika Slot nehmen. Technik Tonika Slot. Ich glaube, ich nehme nochmal so einen Technik Tonika Slot. Weil dann das Hacken vielleicht manchmal ein klein wenig schneller, beziehungsweise besserer von der Hand geht. So einen Eve Upgrade nehmen wir auch mal noch mit. Du kannst jetzt mehr Eve in deinem Körper aufnehmen, wodurch du mehr Plasmide nutzen kannst, bevor du in deine Eve Spritze nachladen musst. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Hier gibt es noch Insektenschwarm. Einen gefährlichen Insektenschwarm. Ne, das will ich nicht. Dann haben wir hier Sonic Boom. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ziel-Dummy. Winterblast friert noch länger ein. Verschafft mehr Zeit, den gefrorenen Gegner zuzuschlagen. Electro Bolt 2 feuert einen Blitz. Nehme ich mal mit. Weil ab und zu benutzen wir ja mal den Electro Bolt. Hörbelt Gegner hoch. Abfackeln 2 ist auch nicht schlecht. Hacking-Experte. Nicht genug Geld, um dieses Objekt zu kaufen. Ich dachte, da steht mal irgendwie eine Information dazu. Jetzt fehlen nur 10 Adam dafür, ne? Ah. Schade. Hä? Ist in dem Teddy nichts mehr drin? Warum ist denn der jetzt noch da? Ah, jetzt ist er weg. Gut, 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 gut. Das hat uns doch schon mal ein Stück weitergebracht. Und wir machen mal folgendes. Daten werden gespeichert. So. Okay. Dann gehen wir mal wieder in den Poseidon Plaza und suchen mal nach Haribald Sufkopp. Was ist hier los? Mir scheint Licht durch den Fußboden. Ich habe den Namen nicht gemerkt, deswegen muss ich ihm jetzt einen Spitznamen geben. In dem Falle Haribald Sufkopp. Gucken wir mal, wo der Typ ist. Hier ist auf jeden Fall immer noch sehr kalt. Hoseidon Plaza. Da müssen wir rein. Tür auf. Tür auf. Oh, guck mal. Hallo, Mr. Babels. Der ist Staub. Warte doch mal. Oh. Was soll das? Weißt du, ich habe doch gerade... Ich habe mich doch gerade um Mr. Big Daddy gekümmert. Warum kommt denn da so eine olle Truller von hinten und klatscht mir nochmal eine? Das ist doch nicht in Ordnung. Kann man sich denn nicht mal einfach so... der Reihe nach... Ist das kein Ding mehr heutzutage oder wie? Das ist doch elende Drecksack. Weißt du... Jesus. Was ist das? Boah. Zum Glück hatten wir das MG mal geupdated. Pass auf, jetzt ist die Little Sister weg. Ich wäre bekloppt. Little Sister ist weg. Die Drecks-Little Sister ist weg, ne? Die war doch gerade noch da. Das darf doch nicht wahr sein. Der hatte doch gerade eine Little Sister hier gehabt. Das ist doch scheiße. Ja, ich nehme hier mal ein bisschen was mit, womit wir den Big Daddy schneller kaputt kriegen. Vielleicht habe ich jetzt... Warte mal. Für wen hältst du dich eigentlich? Vogel. Meine Herren. Mann, Mann, Mann. Ist hier noch irgendwas zum Heilen drin? Ne. Kann ich gar nicht leisten. Noch einen Dollar haben wir. Richtig reich, ey. Wir warten mal kurz. Oh, wart doch mal. Mann. Oh, das hat gesessen. Warum kann man denn hier nicht ranzoomen? Ging hier noch gar nicht, ne? Man konnte hier nicht über Kim und Korn ranzoomen. Das macht sich bei so einer Armbrust immer ziemlich bescheiden. Vor allen Dingen ist das Cross eher so dunkel. Das sieht also so unscheinbar. Man sieht es kaum. Lass uns mal offen. Wollt doch gerade rein. Mann. Wir sind jetzt im Surprise. Lass dich gar nicht in Ruhe. Ich hole dich. Du Lutscher. Fontein wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Sprecher kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spielen Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Habe sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Huch. Das ist schon mal sehr gut. Ähm. So eins. So eins. So eins. Und. So eins. Zum Glück in der letzten Platte noch eins gefunden. Sehr schön. Jetzt haben wir den auch gehackt. Den Save. Oh ja. Ein bisschen krabbeln mit. Hier gibt es auch unterschiedliche Bolzen für die Armbrust. Ich dachte hier gibt es auch wieder nur eine Art. Also hier gibt es im allgemeinen nur eine Art. Aber es gibt auch drei unterschiedliche Bolzentypen. Gut, gut. Ich höre schon wieder meinen Freunden Big Daddy. Also in schlaueren Bolzen. Ja. Genau. So sieht das aus. So sieht das nämlich aus. Hör auf. Nicht auszulachen. Mir lacht doch gar keiner. Gute braune Bolzen in der Hose. Ist da nur braun? Hallo. Das wollte ich zwar nicht wissen, aber okay. Äh. Warte. Telekineser. Kann ich mal mitnehmen. So. Was ist denn mit dem Scheinwerfer wieder los? Jetzt war ich da drinnen, aber da war der Typ nicht drinnen, ne? Hätte ich noch Geld. Aber ist das das wert? Okay. Was? Ist hier so dunkel? Ein Tape. Coen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Coen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Coen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, wenn den Geruch von dem, was er wegputzt, ändert das nichts. Hm. Schade. Schade, schade, Tomate. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich war schon wieder Big Daddy, ne? Gut. Das war offenbar Wolzen mit Stahlspitzen. Das klingt gut. Ähm. Was? Da ist ne Bombe drinnen. Was hast du dir so gedacht? Bist du Coen's Booten, Junge? Nein. Ich hab was für diesen Vogel. Ja. Ist gut. Wann treffe ich ihn denn nicht? Ist er jetzt weggegangen? Ich hab was abgehauen, ne? Sollen nur kommen. Sollen nur kommen. Ach, das ist wieder so lächerlich auf Distanz, ne? So dunkel hier. Sehe ich selber kaum was. Warum muss das denn immer alles so dunkel in diesem Spiel sein? Ich verstehe das nicht. Ist auf jeden Fall nochmal Zeug. Ja, auf jeden Fall wieder was gefunden, damit wir da irgendwas herstellen können. Boah, ist das Duster hier. Und brennt schön. Komme ich jetzt hier einfach wieder raus? Ich komme hier doch gar nicht wieder raus. Hä? Ah, hier. Gehen wir mal hier lang. Das sieht doch gut aus. War da gerade ne Leiche? Ah ne, ein Teddy. Ein verkohlener Teddy lag da. So, der ist jetzt noch draus. Wie gut, dass da ein Lüftungsgitter war. Was für Kätzchen. Dun für ein Vogel. Hallo Flo. Einen schönen guten Abend. Besser, aber nicht. Oh. Kommt ihr denn alle her? So, der Typ ist auch Geschichte. ZZ, ziemlich zügig. Habe ich. Du flatterst durch das Fuhr und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht soll es mal. Ja, alles schick. Nur ein bisschen warm. Aber sonst alles schick. Pharaos, Fortune, Casino. Können wir mir gut vorstellen, dass der letzte Typ hier drin ist. Ja, zocken können wir hier. Aber das machen wir. Und selbst. Gehen sie weg. Oh, Double Kill. Zwei mit einem Streich. Und sogar drei. Und sogar drei. Guck an. Oh, hier ist ein Safe. Diese elenden Safe-Dinger, ne? Das ist echt, also... Ich nehme sie aber auch alle mit. Ich nehme sie aber auch jedes Mal alle mit, ne? Keine Ahnung, warum. Ich habe halt Spaß dran. So. Du hast länger draußen gespielt. Aha. Feine Herr. Spielen nennt man das also. 17 Dollar. Und einen Verbandskasten, den ich wieder nicht brauche. Na gut. Besser als nichts, ne? Oh, hier liegt die tote Leiche. Und ein bisschen Geld. Irgendwie hat er mich gar nicht mitbekommen, so richtig, oder? Sieht doch grad komisch, die Kamera. Wer weiß. War es im Gärtchen, oder was? Ich habe gerade den Buffet bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer voll gedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Ach so. Ja, was Mut hat Mut, ne? Dafür hast du das Ding ja. Will ja auch mal ausgeführt werden. Da ist nix. Da ist nix. Den brauchen wir nicht. Ansonsten ist hier offenbar kein interessantes. Naja, klar, warum nicht? Muss ja auch mal sein. Pizza gab es bei uns heute Mittag. Daher. Was ist denn hier? Eve's Garden. Hä? Hä? Ah! Aua, 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 aua. Da passt mein Eimer nicht auf, ne? Komm, lad doch mal schneller nach. Junge, diese Teile, das war jetzt grad mies. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. War auch nix. Cheat day. Ach, bei dir ist doch jeder Tag ein Cheat day. Ja, ich bin gemein. Das ist richtig. So, hier gibt's jetzt nix weiter, oder wie? Doch, hier drüben ist ne Tür. Na und? Ich baue mir doch auch so. Außerdem, von nix kommt ja nix, ne? Pflege den Wand, solange du kannst. Kennst du ja. Altes Sprichwort. Na, wenn das nicht der langverschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Tiger. Miau. Jasmin. Jilin. Jilin. Ich, keine Ahnung, wie man's ausspricht. Ja, hier ist wieder schöne GEMA-Musik. Ja, nein, hab ich nicht, Jasmine. Ich hab dich nicht, wenn's mal. Ich wusste nicht, dass von Taylor was da mit dazu hundert. Ich hab mich doch ne Schuhe angeguckt. Darf man das nicht? Was ist denn hier passiert, ey? Hat die kalt gemacht? Oh, Geld. Äh. Ich habe mal eine falsche Schwangerschaft gesehen. Okay. Oh. Ja, böser Mr. Ryan. Böser, böser Mr. Ryan. Ähm, babababababab. So. Heidi ist schön. Jetzt. Irgendwie eine Mail bekommen. Was war denn das? Ach so. Gut. Gut, gut, gut. Ja, gut, reicht. Da ist ein Big Daddy. Ist das unser Freund, den wir noch suchen? Bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Bleib doch stehen. Warte mal. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Warte. Oh, da brennt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, bleib doch stehen. Was hat der denn vor? Oh. Er war ein Pflicht, aber er war so, so kraft. Mach ein Foto, bevor er total ausdrückt. Okay. Jetzt muss ich gucken, wo die Little Sister ist. Wollen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Na komm, ich gehe schon mal vor. Wird wir die Little Sister mal suchen können. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Sie war auf jeden Fall gerade da gewesen. Ich weiß auch nicht, ob er sie umgebracht hat oder so. Kann ja alles möglich sein, ne? Dann machen wir auf jeden Fall... Wur ist die hin? War gerade hier, ne? Die Little Sister war gerade echt hier gewesen, aber sie ist jetzt echt verschwunden. Ich hätte sie mal sich abgehauen. Ich habe sie mal vor. Ich habe sie mal vor. Ich habe sie mal vor. Vielen Dank.